Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Spinnst du, Peter? Gefällt dir eine Anzeige. Hast du eine Meise? Wir fahren in den Urlaub. Halt schon was vor? Fing dich. Was siehst du? Ich sehe vier Millionen Menschen. Freie Menschen. Bist du nicht frei? Nein. Was willst du? Hanna, ich will dir helfen. Der Junge braucht eine feste Hand. Jetzt sind wir also im Osten. Ja, aber die Gegend hat Potenzial, du. Sehe gleich. Ich steig aus. Ist vorbei, Frau. Mann, ey, die tickt doch nicht. Ich habe echt keinen Bock darauf, dass mein Kind in dieser ganzen Scheiße aufwachsen soll. Und ich habe auch kein... Mann, was ist denn jetzt los? Jetzt komm mal klar, Süße. Aussteigen ist nicht. Ich wurde kidnaped von der liberatenden Partie des Eloriener. Best Wort für Sablo. Frau Prof. Dr. Wenger darf sich jetzt abends Goldene Kalb einladen. Ernst. Ups, hau. Ne, läuft richtig gut. Also Stress. So, schön. Und jetzt? So geht der Mensch zu Ende. Und die einzige Ausbeute, die wir aus dem Kampf des Lebens wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts. Hoppala. Hey, junges Fräulein. Du siehst aber ganz schön traurig aus. Was ist denn los? Die Jungs ärgern mich. Jo, da ist wohl was schiefgelaufen. Immer wenn ich hier bin, fühle ich mich hilflos. Wie ein kleines Kind. Du bist aber kein Kind. Jana, was ist denn? Ich kann nicht mehr. Können Sie was reparieren? Was machst du mit mir? Gerade küsse ich deine Stimme. Deine Haare riechen nach Wiese. Halt stehen! Wie bitte? Ich würde sie gerne lecken. Entschuldigung, wie meinen Sie, das? This is our history teacher, Mr. Rosenberger.